Hat die IDF genügend Kapazitäten für einen Mehrfrontenkrieg, Gaza-Libanon-Luftkampagne gegen den Iran? Ja. Denn Gaza-Krieg ist nicht mehr in der Intensität, in der er war. Die Hamas hat gewaltige Verluste erlitten. Die hat schon noch Kämpfe, aber nicht mehr in einem Maße, die die Hunderttausende israelische Soldaten benötigen würde. Wenn die Israelis nicht weiteres Territorium besetzen wollen, wenn sie nicht neue Clearing-Operationen betreiben wollen, also irgendwie in ein dicht bebautes Gebiet eindringen wollen und das nach und nach erobern, sondern nur das, was sie bislang halten, haben halten, vielleicht sogar ein paar Gebiete sich wieder zurückzuziehen, nur um die Grenze zu Ägypten weiter abzuschnüren. Wie heißt der? Irgendwas mit P-Korridor. Also den Korridor runter zum Mittelmeer an der Grenze zu Ägypten und vielleicht im Zentrum den Korridor noch zu halten, um den Gaza-Streifen 2 zu teilen. Da reichen wahrscheinlich 20.000 Mann. Und gegen den Iran brauchen sie keine Bodentruppen. Und die Hisbollah hat keine eigene Luftwaffe. Das heißt, man kann dort haushalten. Die Hisbollah hat zwar etwas Flugabwehr, aber auch nicht in so moderne, dass es zu dramatisch gefährlich für sie sein sollte. Also die Israelis werden, es ist eine realistische Möglichkeit, dass die Israelis Kampfflugzeuge verlieren in einem vollen Krieg gegen die Hisbollah. Das ist nicht unrealistisch, aber es werden keine vernichtenden Verluste sein. Und sie brauchen also Bodentruppen gegen die Hisbollah, haben sie genug. Sie brauchen nur noch wenige im Gaza-Streifen und im Westjordanland, aber sie haben mobil gemacht. Wenn man 200.000, 300.000 extra mobilisierte hat, sollte das nicht das große Problem sein. Die Luftwaffe werden sie gegen den Iran einsetzen. Und ich denke nicht, dass es die prinzipiell überfordert. Dass es sie strapaziert, gar keine Frage. Aber zumindest zu Anfang werden sie auch wieder Hilfe von Verbündeten bekommen. Es wird gerade gemunkelt, dass Biden Netanyahu gesagt hat, man werde helfen bei der Abwehr des Angriffs aus dem Iran. Aber man werde nicht in einen anschließenden Krieg mit einschreiten. Aber da kann natürlich Israel das Glück haben, dass der Iran den Fehler macht, US-Basen am Golf anzugreifen. Sollte das passieren, müssen die Amerikaner mitmachen. Und dann ist die Sache sowieso, was den Luftkrieg angeht, entschieden. Also ich glaube nicht, dass das die Israelis überfordert. Das wird sie strapazieren, ja. Und die Flugabwehr wird strapaziert werden. Und es wird zivile Opfer geben und nicht wenige. Denn das Hisbollah-Raketenarsenal ist gewaltig. Und die Iraner haben hunderte ballistische Raketen, die sie abfeuern können. Da werden welche durchkommen. Und dann schlagen halt 500 bis 1 Tonnen Sprengladung in Israel ein. Aber es wird die israelischen Streitkräfte strapazieren, aber nicht überstrapazieren. Da bin ich relativ, relativ, da habe ich eigentlich keine Zweifel. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann schauen Sie doch mal vorbei auf dem Hauptkanal, wo es ursprünglich erschienen ist. Militär und Geschichte mit Thorsten Heinrich. Den Link dazu finden Sie hier in der Beschreibung.